Willkommen zu Folge 2 von Titan. Wir starten jetzt direkt nach der ersten Folge wieder rein in die zweite Folge. Echt einige Leute. Ja, aber wir haben jetzt gerade den Equipment-Portal. Ja, wer weiß, vielleicht wird das nächste Titan ja ein Livestreaming-Projekt. Mal schauen. Ich hab Dias. Oh, nice. Sechs Stück. Sehr cool. Da können wir doch, können wir ein bisschen... Diorofen können wir machen, ja. Das würde mich so krass interessieren, was die anderen schon so haben. Aber safe kein Diorofen. Ich hab Titan. Nice. Ist das normal, dass wir so reinlacken? Wir brauchen Dias, aber wir brauchen auch Obsidian. Ich baue Obsidian ab einfach ein bisschen. Jetzt war's das. Sehr, sehr, sehr gut. Zweite Folge. Herzlich willkommen zurück zur mittlerweile dritten Folge von Minecraft-Zeiten mit der Toni. Hi. Und wir starten sofort eher auf den Server drauf. Wir haben letzte Folge so viel Zeug gefunden. Wir haben richtig reingelackt. Und da wollen wir jetzt weitermachen. Wir brauchen nur noch Dias. Damit wir, glaube ich, fast Full-Titan sind. Ich hab 27 Crystals. Baue du dich einfach gerade aus. Ich baue dich. Ich baue den seit noch mal. Hier, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist zu... ey, das ist wirklich... Ich schwör, wir hacken nicht. Es ist nicht mehr lustig gerade. Zu krass. Ey, das ist wirklich... Okay, das ist echt heftig. Jetzt noch Dias, komm. Ja. Ich hab hier drüben nur Lava gehört. In der nächsten fünf Minuten finden wir die. Wäre doch ärgerlich, wenn wir jetzt nur Titan finden und keine Dias. Ja. Ey, komm, aber wir beschweren uns nicht. Läuft absolut gut. Du hast einen Wassereimer, ne? Ich hab hier eine dicke, dicke Lava-Höhle. Nice. Geh mal kurz zurück. Ich brauch noch ne neue, ähm, Eisen-Pick-Aix. Mmm, ja, warte. Ich glaub, ich stell hier mal einfach alles auf. Mhm. Die zwei hin. Ich hab auch schon fast einen Stack Iron. Auch schon mal nice. Ja, das können wir auch, das können wir auch noch, was möchten einfach. Äh, wo ist... Wo ist meine Workbench? Ah, hier. So, bitte sehr. Ich hab... Okay, warte. Ich warte einfach bis... Hast du noch Iron? Ich hab... Noch fertiges Iron, ja. Droppe ich dir. Danke. Jetzt baller ich hier noch in den Ofen rein. Bisschen Kohle noch dazu. Ich tu jetzt das Gold. Gib mir mal dein Gold. Ich schmeiß das in den, äh, Dierofen rein. Dann kriegen wir mehr raus. Ach, nice. Okay, wir schauen uns mal die Höhle hier an. Okay. Also direkt ist da jetzt keine Dias jetzt mal. Wir schauen mal um die Ecke. Schau mal, was du findest. Ich grabe währenddessen einfach weiter. Ich glaube, wenn wir uns hier ein bisschen an die Seiten reinbuddeln. Da ist auf jeden Fall Titan. Oh, nice. Richtig gut einfach. An die Zuschauer gerade. Titan hat halt dieselbe Wahrscheinlichkeit wie Dias. Ja. Also so oft Titan zu finden, ist halt komplett krass. Das ist echt ein bisschen lächerlich. Oh, ich hab nochmal Titan. Das ist halt, äh... Ist halt, äh... Das ist zu geil. Also wir brauchen wirklich nur noch Dias, dann sind wir halt so komplett fangen. Wir brauchen wirklich Dias, dann sind wir fast OP-equipped einfach. Dann können wir wirklich in der Bay gehen dann. Ich glaube, wir können mir auch vorstellen, dass wir einer der ersten sind, die dann in der Bay gehen. Und vor allem, also auf jeden Fall so gut equipped. Wir brauchen halt unbedingt dann die Blaze-Rots, ne? Ja, ich hätte ja noch ein paar Lava-Eimer. Und noch ein Wasser-Eimer für dich wäre auch wichtig. Ja. Wenn du irgendwo in der Wasserquelle siehst, sag Bescheid, ne? Ja. Also hier war jetzt in der Höhle jetzt direkt keine Dias, aber ich guck einfach mal in die Seiten überall. Mhm. Ich glaube, ich hab schon den nächsten Lava-See. Das ist auch nice. Ja, ich hab schon den nächsten. Willst du zurückkommen? Ähm, wie du willst. Ich sehe jetzt auch direkt keine Dias. Mhm. Ich werde da gleich noch ein bisschen weitermahnen. Mhm. Ich hab nur, dass hier auch alles schmilzt. Wir haben so viel Gold einfach, das ist richtig crazy. Ah, ich hab auch nochmal mehr Gold. Also an Ors sind wir echt bisher ziemlich gut dabei. Vor allem, wenn wir das verdoppeln können im Diaofen. Ja. Müssen wir beim Eisen nicht mehr nehmen, so viel Eisen. Obwohl Bogen, Unfett, Zaubert wahrscheinlich. Ah gut, wir haben einen Verzauberungstisch. Soll ich noch Eisen abbauen? Äh, ja, ich glaube, Schaden wird es nicht. Okay. Aber wir brauchen nicht mehr viel. Also wirklich nicht mehr viel. Mal schauen, wer zuerst Dias findet. Das ist unfair. Ich bin gerade dabei, hier unsere Base hinzuzumachen, sodass uns keiner hier holen kann. Okay. So. Hm. Du bist gerade in der Höhle drüben, ne? Ja. In dieser ersten. Aber wir sollten auf jeden Fall nochmal ein paar Eimer machen gleich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Brauchen wir unbedingt Wasser. Ne, das war mein eigenes Wasser, oder? Ja, war mein eigenes. Hups. Wir brauchen unbedingt auch noch Dias für ein Charmin-Table, ne? Also das sollten wir auch noch in Angriff nehmen. Äh, haben wir nicht genug? Ne, wir haben gerade gar keine Dias. Achso, stimmt. Wegen im Ofen. Genau. Stimmt. Wir haben 10 Titan, also wir können daraus eigentlich schon was machen. Also 10 Titan, Ingrid. Ich hab auch nochmal 8 im Inventar, also Crystals. Du hast 8 Crystals nochmal? Mhm. Ich hab 36. Alter. Das ist halt, also wir brauchen nur Dias, dann haben wir Full Titan. Das ist das Einzige, was fehlt. Ja, krass. Da sollten wir jetzt echt finden. Ich überlege noch, was wir gerade machen sollten. Ob wir Titan-Schwerter machen sollten oder die lieber Chessblade. Aber ich glaube, Chessblade wird sich mehr auszahlen. Oder zweimal Helm zum Beispiel. Wird auch gehen. Wobei Helm würde ich, glaube ich, nicht machen. Helm würde ich vielleicht als letztes machen. Weil der Zitrin-Helm ist eigentlich echt gut. Ich glaube, ich würde aber auch auf jeden Fall erst auf Rüstung gehen. Ja. Hier ist jetzt nicht mehr wirklich was. Ich glaube, ich komme dann vielleicht gleich mal zurück. Mhm. Ich bin hier vorne schon die Gänge am weiterbauen. Und hoffe, dass ich was finde. Aber gerade ist nicht so nice. Ja, wir haben jetzt auch so krass reingelagt. Ja. Ja, ja. Können wir uns umbenennen in Team X-Ray. Super. Wir könnten uns eh live umbenennen. Also man kann Team-Namen einfach ändern jetzt. Nö. Ey, was? Doch kein Wasser. Ich bin so retarded. Jedes Mal, wenn ich Wasser platziere und dann das Wasser wieder aufsammelst, ist so ein kleiner Delay. Und ich höre das Wasser, denke ich mir so, ab Wasser. Eine Höhle. Wow. Adios. Nice. Sehr gut. Mindestens drei. Wichtig, wichtig. Mindestens vier. Da würde ich jetzt erstmal den Schaden draus machen, auf jeden Fall. Glaub ich. Mindestens fünf, mindestens sechs. Oh mein Gott. Sieben. Ich glaube, es sind acht. Es sind die acht. Nice. Oh, Boys and Girls, let's go. Ich baue die direkt ab. So wunderschön. So schön die Dias. Ich komme da nochmal kurz zurück. Ich habe glaube ich noch eine Höhle gefunden, da würde ich dann gleich als nächstes hingehen. Mhm. Immer vorsichtig beim Abbauen. Ich bin nie so vorsichtig beim Dias abbauen wie in diesen Projekten. Mhm. Wir haben über einen Stack Gold schon. Ist auch nochmal Lava, weißt du, hier geht es auch nochmal weiter. Oder ist die Lava da, das weiß ich nicht. Okay, jetzt nochmal, ey krass. Ach, Dias nochmal gefunden hier. Heftig. Richtig gut. Okay, ich komme mal zurück. Dann haben wir Enchanter und sechs Ingets. Oder? Also dann, ich meine, Titan-Dinge, die wir machen können. Ja, die werden einfach doppelt, ne? Doppeln wir dann Dias. Ich mache direkt einfach mal einen Enchanter. So, hier ist der Enchanter direkt. Ja, hier im Diorofen verdoppel ich gerade was. Ach, das kann man auch verdoppeln? Jep. Doppel ich dir auch noch. Du kannst einfach das ganze Fleisch da mal nehmen. Und ich mache auch direkt einen Amboss. Ich packe auch direkt das Ei, das Gold nochmal in deinem Kornis. Jo, perfekt. So, Amboss steht auch. Ich würde jetzt, ich brauche sechs Obsidianen. Ich gehe kurz Obsidianen abon. Willst du, wenn du ganz vorne geradeaus gehst, das ist der nächste Lavasee. Der ist einfach geradeaus. Ja, genau. Und links irgendeinen Gang, fast ganz vorne. Den habe ich so ein bisschen reingegraben schon. Dort geht es zu, ähm, zu einer Höhle. Also da höre ich einen Zombie. Okay, hier hört auf jeden Fall, ja, der Höhle ist nicht wirklich was. Aber ich, tu mal, ah, wohl, ich mach mal mir ein paar, ich mach mir mal ein paar, ein paar Einmal. Und nehme mir mal ein bisschen eine. Mach mal, wie viel Lava einmal hättest du denn? Ähm, ich brauche nur einen Bindern. Okay. Und nehme die mal mit. Jetzt muss ich wieder sechs Obsidianen abbauen, damit wir das Titan haben. Okay. So, dann brauche ich nicht mehr da, guck mal da. Ah, der Höhle, okay, ich höre es schon. Genau. Ich habe mal direkt mal noch eine andere Iron Pickaxe. Ich meine, ich weiß nicht, meine, die fünfte Iron Pickaxe schon. Ja, meine Deer Pick ist auch schon ein Halbripp fast. Aber ich habe kein Holz mehr, ich habe keine Sticks mehr. Ich habe noch was, oder? Ich baue noch gerade das Obsidianen ab. So, was hast du noch? Ich glaube, ich habe noch 20 oder so, safe, oder? Okay. Ich droppe dir einfach noch mein Holz. Hier die Hälfte. Soll ich mir das Eisen nicht auch in den Diaphirness packen? Ähm, ja, wenn er frei ist, kannst du das machen. Ich packe dir nur gleich Titan rein dann. Okay. Danke. Wir brauchen einfach nur noch ein paar Dias und... Das ist perfekt. Oh, dann gehe ich jetzt mal da hinten fahren. Irgendwo links, hast du gesagt. Links, links. Das ist der einzige Gang, der halt weiter reingeht dann. Mhm. Ja, okay. Ah, okay. Das ist auch Wasser. Also diesmal wirklich. Dann komme ich gleich mit dem Eimer vorbei. Wo ist die denn? Über mir? Unter mir? Übrigens, du hast Folge 2 überlebt, ne? Stimmt, ich habe Folge 2 überlebt. Ja, Pock. Starke Leistung. Erstmal GGs in die Kommentare. In den Chats. In den Chats. So, wir haben dann jetzt... Ich habe jetzt Folge 2 überlebt. 22 Titan Ingots. 22 Ingots. Wir können uns beide eine Chestplate machen und dann haben wir immer noch acht Stück. Acht Stück wären noch zweimal Schuhe. Das heißt, wir haben beide Chestplates und Schuhe. Ja, optimal. Das hat safe. Also ich bin mir relativ sicher, dass es bis jetzt noch keinen anderen hat. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir wirklich die Einzigen. Ich crafte es einfach schon mal, ne? Ist die Höhle... Ich habe mich schon 10 Millionen Blöcke weitergebaut, wirklich. Wenn ich die Höhle jetzt nicht finde... Hey, das gibt es nicht. Hilfe! Findest du die nicht? Hey, ich baue... Die ist hier über... Entweder ist die über oder unter mir oder ich bin lost. Ah, die ist über mir, okay. Über mir. Wolle brauchen wir nicht, ne? Ah, ne, Wolle brauchen wir. Für den Fallschirm vielleicht, aber ich glaube nicht deswegen, wo wir hier so wirklich viel Fallschatten bekommen können. Oh... Ich würde das hier aber kein Creeper sein. Okay, also Wasser ist hier. Nice. Direkt rechts, wenn du den Gang lang gehst. Ey, ich will hier aber nicht alleine rein. Die Höhle ist riesig und das sind überall Creeper. Ja. Ich mache mich gleich auf den Weg. Lava ist da aber auch. Aber... Willst du die Öfen vielleicht mitnehmen dann? Ja. Ich habe für dich Rüstung. Okay, nice. Ja, ich warte hier mal. Ich brauche hier mal so eine kleine Base. Alles klar. Mach das. Ein Platz. Titan gefunden. Einfach so. Ja. Beim Baseball. Na gut. Ach da. Und da unten ist auch die Lava. Okay, macht Sinn. Wie höre bin ich denn? Zehn. Ja, das höre Lava auf sechs oder so. Aber nur zwei. Ja, immerhin. Ich baue hier alles ab und mache mich auf den Weg zu dir. Latis nehme ich auch nochmal mit. Ja, können wir auch gebrochen. Okay. Nice. Kohle brauchen wir keine mehr erstmal, ne? Ne, sollten wir fahren, so denke ich. Also jetzt auch nochmal Oxidian, falls du nochmal irgendwie's brauchst. Ja, werde ich dann später noch brauchen auf jeden Fall. So, ich komme zu dir. Ich habe jetzt einmal, ups, so zu weit. Ich habe jetzt einmal nicht so gut Enchanted. Aber die anderen mal leider für jetzt funktioniert. Hier, guck mal. Gut, das tue ich mir weglegen. Okay, einmal Protection 2 ist schon mal ne? Nice. Das ist beides Protection 2 direkt. Das ist doch nice. Meine Schuhe haben leider nur, meine Schuhe haben leider nur Fairfaulting. Zwei. Aber ist auch nicht schlecht. Auch nice. Ja. Okay, dann lass mal kurz da hinten alle Öfen aufstellen. Mhm. Bin schon dabei. Ja. Achso, stell sie da auf. Ah ja, ich habe jetzt alles hier aufgestellt. Passt auf. Sieht doch schon mal schön aus hier. Soll ich die Kiste kurz machen? Äh, brauchen wir keine. Ich habe hinten eine Kiste, falls wir dann später brauchen. Und hier oben geht richtig die Party ab, oder wie? Ja, hier. Da, hier oben. Ist hier vielleicht sogar ein Zombie-Spawner? Oh, da hinten ist schon mal der erste Creeper. Da sind zwei Creeper direkt. Oh, hast du noch einen Eimer für mich? Zufällig? Ähm. Sonst crafte ich mich schneller an. Ja, ich habe halt, ich kann Lava einmal leeren. Ja, mach mal. Da. Perfekt. Ich schaue mal kurz hier nach oben, was da abgeht. Ja, vorsichtig, ne? Hier sind Zombie-Spawner tatsächlich. Ah, krass. Können wir XP fahren, dann auch noch. Wenn wir wollen. Oh, Creeper ist das einzige so... Ich finde nichts passiert. Das ist eine richtige XP-Farm hier oben. Oha, oh mein Gott. Das ist krass. Ich glaube, es sind sogar zwei Zombie-Spawner, kann das sein? Nein, oder? Ey, das gibt es nicht. Achso, ich habe gerade auch im falschen PvP-System einfach gekämpft. Naja. Was ist da? Oh, wir werden gekickt, wir werden gekickt in 30 Sekunden. Okay, dann gehen wir nochmal zusammen. Ja, ja. Lass einfach hier runter, schnell noch. Okay. Ey, wir haben richtig Glück. Ich bin überrascht. Okay. Nice. Ich pack da nochmal Gold rein hier. Ah, ne, ich habe gar kein Gold-Or mehr. Doch, ich habe noch Gold-Or. Pack ich da nochmal rein. Puh. Nice. Sehr gut. Ja, perfekt. Das war... ...ne klasse Folge wieder. War wieder eine gute Folge. Wenn wir jetzt noch ein paar Dias finden, dann... Aber mit dem Equip würde ich tatsächlich fighten gehen. Also ich glaube, dass wir... Ja, können wir machen. ...dass wir mitunter das richtig... Ja. Also wir werden auf jeden Fall... Nächste Folge vielleicht am Anfang noch kurz schauen, ob wir noch in der Höhle irgendwas finden oder ein bisschen verzaubern. Damit wir halt alles verzaubert haben. Ja, ein bisschen verzaubern würde ich noch machen. Genau. Lassst du noch Ingrids irgendwelche Gags? Für Titan habe ich gar nichts mehr, nein. Okay. Wir bräuchten noch Dias. Wir können noch kurz schauen, dass wir uns abwechseln mit Enchanten und mit Minens, sodass wir noch vielleicht Dias finden. Und dann würde ich aber rauf gehen und Netter contesten, weil wir brauchen halt die Blazeroads auch. Jetzt bin ich auch für. Genau, genau. Das ist der Plan für die nächste Folge, Leute. Also wieder einschalten. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ne? Ja. Bis morgen. Alles gern. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.